Hallo, hier ist auch schon wieder euer Ben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming with Ben und willkommen zu einem neuen spektakulären Video meinerseits einmal, beziehungsweise auch zu meiner Filmsammlung oder was habe ich mir im März 2021 gekauft, außer Pokémon Karten, weil davon habe ich genug gekauft das kann ich euch hier in diesem einen Video gar nicht zeigen alles, aber ja, DVDs, hier einmal den Stubble, den ich mir so jetzt gekauft habe und ja, fangen wir doch mal als allererstes an mit der Sortierung, fast wäre mir der Stubb runtergefallen und zwar Justice Leisure, also egal, genau, ich habe mir letztens die 4 Stunden Version angeguckt dazu, einmal auf Sky und der Film war richtig geil, ich kannte den vor leider noch gar nicht, weil ich immer kam irgendwas dazwischen deswegen habe ich mir diese Version hier noch nie angeguckt, diese 2 Stunden Version, die geht 1 Stunde 15 geht die habe ich mir vorher noch nie angeguckt, muss ich ehrlich sagen, dafür aber diese 4 Stunden Version, die jetzt gerade rauskam neu, diesen Zack Snyder Cut hier und ich wollte mir aber diese Version auch nochmal kaufen also ich wollte diese Version besitzen und nachher diese 4 Stunden Version nochmal besitzen die soll später nochmal kommen auf Blu-ray und ja, bin ich auf jeden Fall gespannt werde ich mir die Tage nochmal angucken, der Film soll jetzt eher ein bisschen bescheiden sein diese Version, weil so viel rausgeschnitten wurde und hat man nicht gesehen aber werde ich mich selber davon überzeugen lassen so, denn die nächste, wenn wir schon mal bei Batman sind, bleiben wir auch bei Batman und zwar, ähm, genau diese beiden Blu-rays habe ich mir gekauft, die eine ist noch eingepackt, die kam nämlich erst gestern und die habe ich mir schon angeguckt das sind beides Filme, die es so nie auf Blu-ray geben wird weil das sind Bootlegs nämlich die kommen irgendwo aus Malaysia, werden die ausgedruckt oder wie auch immer halt äh, es ist jetzt nichts Originales, ähm, diese Bootlegs und, ja, kann man aber auch nicht mit irgendwelchen Polenfilmen vergleichen, so ungefähr das ist auf jeden Fall schon eine gute Qualität, auch eine HD-Qualität mit drin und man sieht aber hier an dem Cover auch, dass das alles so ein bisschen unscharf ist im Nachhinein und, ja, mit der Kamera ist das sowieso ein bisschen unscharf aber, ja, die Filme wollte ich unbedingt haben und, genau, habe ich mir bei Ebay gekauft also die kann man sich bei Ebay ganz normal kaufen, die Filme und, ja, die habe ich mir auf jeden Fall gekauft die Filme sind beide richtig geil nur, wie gesagt, die wird es nie auf DVD oder so auf Blu-ray geben deswegen habe ich der jetzt einfach mal zugeschlagen und, ja, gehen wir nochmal weiter und zwar, ich war letztens bei Ebay und ich mache ja mit meiner Omi und mit meiner Schwester hört sich jetzt ein bisschen komisch an aber, wir machen immer so am Sonntag, kann man sagen so einen kleinen Filmabend für uns äh, meine Omi ist auch schon ein bisschen älter äh, und, ja, in dem Sinne suche ich mir für mein Omi am Erhalten Film raus und da ist mir nämlich Happy Family unter die Finger gekommen ähm, für 7,99 Euro und, genau, da wird sie sich auf jeden Fall, denke ich mal, freuen weil der Film soll auch richtig geil sein habe ich gehört, jedenfalls von einem Kumpel ich persönlich habe ihn noch nicht gesehen und, genau, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf so, das nächste, äh, auch mit der Markt und zwar den, ja, World Invasioner Battle Los Angeles äh, habe ich damals gesehen habe mir auch damals das Spiel gekauft was nicht mehr existent ist also, es gibt dazu auch ein Spiel für die Xbox 360 dieses Spiel ist, war auch, finde ich, ziemlich gut war ziemlich kurz, aber, aber als Lizenz-Spiel, sehr gut ähm, deswegen habe ich mir den Film auch gleich nochmal mitgekauft das Spiel, leider nicht mehr existent ich glaube, man kann es sich ja auch noch nicht mehr downloaden, ne aus dem Store der nächste Film, den ich eigentlich schon drei, vier Mal gesehen habe aber noch nie auf DVD besessen habe deswegen habe ich mir den nochmal gekauft Project Almanac ne richtig geile Science-Fictioner gut, Science-Fictioner ein Zeitreise-Film kann man sagen gut, Science-Fictioner, Zeitreise-Film, wie auch immer halt und zwar, es geht um Jugendliche wie soll es auch anders sein diese Jugendlichen hier diese Räuber, Jandale und wie auch immer die machen eine Zeitmaschine und dann düsen die zu irgendwelchen Partys und so weiter klar, das macht am Anfang Spaß, das Ganze aber irgendwann überschneiden sich auch die Zeitlinien ob, dann ist die erste Person verschwunden und so weiter den habe ich damals im Kino gesehen da saß ich mit meinem Kumpel bloß zu zweit drin beziehungsweise gab es noch eine dritte Person die dann während des Films abgehauen ist aber, verstehe ich nicht also der Film war richtig geil also falls ihr den noch nicht gesehen habt falls ihr, keine Ahnung, Amazon, Netflix habt und der ist da gerade kostenlos drin guckt ihn euch auf jeden Fall an es lohnt sich so, dann der nächste Film oder beziehungsweise auch schon der letzte sehe ich gerade Hey Arnold den habe ich auch schon so oft gesehen aber ich habe den noch nie auf DVD besessen den zweiten Teil habe ich davon auf DVD wo Arnold seine Eltern dann kennenlernt und so weiter den ersten habe ich aber leider noch gar nicht deswegen habe ich mir den noch einmal gekauft der geht auch nicht besonders lang muss ich ehrlich sagen 73 Minuten es gab damals Trickfilme die 73 Minuten gehen beziehungsweise Batman der geht bloß 61 Minuten der Trickfilm, den ich euch gerade gezeigt habe hier und generell gehen jetzt heutzutage die Kinderfilme schon so zweieinhalb Stunden nachher wenn man sich das bedenkt einmal hier ging die gerade mal über eine Stunde ich glaube Kinder konnten so lange einfach nicht still halten das macht der Zucker einfach auf jeden Fall geiler Film Hey Arnold die Serie geil die Serie auch ziemlich geil die Serien waren alle damals ziemlich geil also fast alle aber das was heute im Fernsehen kommt das kann man so halbwegs schon vergessen aber Hey Arnold kann man sich auf jeden Fall nochmal angucken kleine Schleichwerbung auf Bluetooth TV nämlich kann man sich Hey Arnold immer noch angucken 24 Stunden am Tag und hast du nicht gesehen auch CatDog ist ganz auch kostenfrei nur mal so als kleine Schleichwerbung so ich werde dafür auf jeden Fall nicht bezahlt also deswegen schon mal vor Wegeimer so was jetzt nicht eine DVD ist aber ja was ich mir auch gekauft habe einfach und zwar dieses Manga Buch hier habe ich mir gekauft ja geht um ein Mädchen was in einem Haus einzieht was voller Dämonen ist beziehungsweise Parallelwelten oder wie auch immer und sie sucht da ihre Eltern die wohl verstorben sind so weit erstmal die Story wie ich das verstanden habe gelesen habe ich es noch nicht werde ich jetzt machen übers Wochenende also ich werde jetzt hier die Tage zu meinen Elternfahren so gesehen und da werde ich es dann lesen das Bild finde ich auf jeden Fall ziemlich geil aber und auch die Zeichnungen finde ich sehr nice und ich liebe ja Manga Bücher auch und vielleicht habe ich hier ja eine neue Serie entdeckt die mich so richtig vom Hocker Serie entdeckt die mich richtig vom Hocker haut bin ich auf jeden Fall gespannt aber hier guckt Anja der hier zum Beispiel da auch so ein komisches Ding einmal da auch so ein komisches Ding bin ich auf jeden Fall gespannt so zu guter Letzt was ich mir nicht gekauft habe sondern geschenkt bekommen habe geschenkt ich habe es gewonnen einfach sagen wir es mal so und zwar diese Batman Figur da wir aber Batman schon waren passt das so ein bisschen halbwegs ins Thema ganz gut rein einmal und zwar diese habe ich nämlich gewonnen beim guten Gamschuh verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal in der Videobeschreibung und zwar da macht so in regelmäßigen Abständen nämlich immer so eine kleine Verlosung kann man sagen und den Kanal verlinke ich euch auf jeden Fall einmal in der Videobeschreibung geht auf jeden Fall mal vorbei und auch seine Let's Plays und so weiter guckt euch das mal lohnt sich auf jeden Fall und diese Uhr habe ich gewonnen ziemlich geil und die passt auch direkt zum Film den ich mir angeguckt habe und ja eine Autogrammkarte gab es auch noch dazu lieben Dank hier könnt ihr nochmal sehen wenn das Profilbild so aussieht hier dann sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg auch danke dafür nochmal für die Autogrammkarte kommt direkt hier neben neben Debitor und Zaraza hier also wer haben wir noch hier alle Poptemper da kommt er genau hin so und zwar ja vielen Dank auf jeden Fall nochmal wie gesagt findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung seinen Kanal und guckt da auf jeden Fall nochmal vorbei und das war es heute erstmal mit Gaming of Ben hoffe das Ganze hat euch gefallen wenn ja Video liken kommentieren ohne Rates abonnieren ich brauche clashen durch und smirchen damit nicht mehr Part von mir Gaming of Ben aktuell vielleicht nochmal eine Info folgt mir auch gerne auf Twitch einmal und zwar da werde ich jetzt immer in regelmäßigen Abständen so gesehen streamen verschiedene Spiele Call of Duty ich mache auch mal Popp-Karten auf und so weiter beziehungsweise werde ich auch da ein paar Horror-Let's-Plays machen also falls ihr mit mir Horrorspiele spielen möchtet gerade oder halt zuschauen möchtet mit mir interagieren möchtet wie auch immer folgt mir auf jeden Fall auf Twitch wie ich hier gerade eingeblendet und ja wir sehen uns einfach da und wie gesagt bleibt flauschig gesund und natürlich zum nächsten Mal ein bisschen immer schön weiterzocken Hautsirin